Einen wunderschönen guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zurück zu Forza Horizon 4. Es geht an den Start mit erstmal sehr, sehr vielen Super Wheelspins und das ist unsere treue Belohnung, weil wir die letzten Forza-Teile gespielt haben. Und außerdem mit einem wunderschönen Automobil, bei dem ich mir gar nicht sicher bin, ob es das in den letzten Forza-Spielen gab, aber wenn, dann habe ich dem Auto viel zu wenig Beachtung geschenkt. Und heute ist es dabei, nämlich nicht unter BMW, sondern unter, wo haben wir es, James, 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 James Bond Edition, nämlich den BMW Z8. Wunderschönes Automobil und ja, allgemein hat man beim James Bond Pack 10 verschiedene Autos. Man hat unter anderem auch den CX-75 von dem, oh Gott, das war nicht ein Quantum Trost, oder? Ne, das war irgendein anderer. Den DBS hat man außerdem, den Citroën 2C V6, den DB10 hat man, genauso wie den S-Martin V8, AMC Hornet X Hatchback. Das muss weit vor meiner Zeit gewesen sein. Der S-Martin DBS war nicht vor meiner Zeit, doch, doch auch. Den Esprit gibt es außerdem und den DB5, wunderschöne Autos. Boah, weiß nicht, gibt es so ein paar, die mir noch einfallen würden, die ich eventuell gerne gehabt hätte? Weiß ich nicht, aber das ist ein richtig geiles Ding. Ja, vielleicht der Jaguar XKR oder XJR, XKR heißt es, glaube ich. Ja, in rot habe ich den letztens mal gesehen, den könnte ich gerne auch nochmal auf Instagram posten. Dazu einfach mal in die Videobeschreibung schauen, aber jetzt fahren wir ihn erstmal in Silber. Wunderschönes Automobil, ach Gott. Der BMW Z8, ja, wirklich richtig, richtig schön und das Design, das sah schon damals, finde ich, seinerzeit voraus aus. Vor allem dieses, dieses relativ, ich sag mal, LED-ähnliche, was es hinten gibt, dieses aggressive, okay, wir machen es ganz, ganz schmal und wir machen quasi einen Streifen dahin. Boah, das sieht so super aus. Dabei hat er wirklich trotzdem so eine schöne Klasse mit dabei. Also, der Z8 ist meiner Meinung nach, zumindest was die Z-Modelle angeht, ziemlich unerreicht, auch wenn das jetzt natürlich dem Z4, dem neuen vor allem, etwas Unrecht tun könnte. Also, ich meine, dem neuesten, der schon erschienen ist. Ich glaube, da wurde ja schon noch einer präsentiert, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Wir gucken mal ganz kurz, was kann man denn hier alles tunen? Also, zum einen könnten wir den Motor wechseln. Gut, V8, V10 und auch noch einen V12-Motor kann man einbauen. Was hat er denn standardmäßig drin? Na gut, sieht man jetzt leider nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, der hat 400 PS, da würde ich fast auf den V10 tippen, oder? Gut, Allradantrieb kann man hinzufügen, das ist in Forza allgemein recht sinnvoll. Wir sind übrigens beim Frühling, wir haben im ersten Livestream knapp über vier Stunden gezockt und sind dementsprechend weit gekommen, haben den Winter überstanden. Und im Winter würde ich das Auto dann eher doch nicht fahren. Wobei, im Film, Gott, stirbe leider am anderen Tag, war das, ne? Ähm, da gab es, glaube ich, auch eine Winterszene. So, mal gucken, gibt es auch Winterreifen, zumindest Offroad-Reifen. Bin ich sicher, ob es da einen Unterschied zu den Winterreifen auch gibt. So, ansonsten, gut, Winterreifen bis 325 Millimeter. Das geht natürlich. Gut, die Felgen. Die würde ich auch eher beim Standard belassen. Sehen eigentlich echt schick aus. So, natürlich kann man auch die Felgengröße verändern, vorne sowie hinten. Und die Spurbreite kann man mittlerweile auch verändern, wobei ich das echt ein bisschen unschön finde. Das ist natürlich für Tuner ganz geil, wobei ein bisschen weiter außen könnten die Reifen eventuell stehen. Oder auch nicht. Ne. Aber das ist für Tuner, glaube ich, ganz toll, aber nicht beim Z8. Ne. Gut, ansonsten hat man die gewohnten Tuning-Möglichkeiten. Beim Motor kann man auch ein bisschen was tunen. Gewichtsreduktion gibt es auch. Boah, da ist jetzt schon nur unter 1,6 Tonnen schwer. Das ist ordentlich. So, ich muss gerade überlegen. Ist das ein V10-Motor gewesen, der in den BMW 400 PS Motoren drin war? So, BMW Z8. Muss ich mal ganz kurz schauen, sorry. Gut, ansonsten gucke ich mal ganz kurz. Sechs Super-Wheel-Spins. Wir machen erst mal den normalen Wheel-Spin. So, ich check nochmal. Fünf Leader, 400 PS, ja. Audi S1, schön. Gut, und Super-Wheel-Spin. Es ist ein V8, okay. Es ist ein V8, kein V10. Ich habe einen Vulcan-Vorzeit-Edition gewonnen. Geil. Ich liebe Super-Wheel-Spins, einfach. Geiles Teil. 400.000. Und den Vox Corsa. Aber 400.000 wäre das sehr gut. Leute, für die nächsten Folgen sind die Autos auf jeden Fall auch schon sehr, sehr gut vorprogrammiert. Metallic-Trägerhemd und zwei Hupen. Na gut, muss auch mal ein bisschen schlechtere Dinge ins Bummels geben. Nein, das Ford-Kruppe hätte ich gerne gehabt. Ich hätte fast zweimal den Morgan Arrow bekommen. Ob das geht? Weiß man nicht. So, wir machen sofort weiter mit dem Auto, selbstverständlich. Knallige Leggings. Halo-Wartog-Kruppe. Das ist auch cool. Okay, gut. Das ist, glaube ich, jetzt die letzte Drehung. 300.000. Eine GT2 RS hätte ich auch gerne mitgenommen. So, aber ansonsten über eine Million Credits. Kann man einfach mal machen. Sehr schön. Dann habe ich gerade wieder einen Super-Wheel-Spin bekommen. So, ansonsten. Ja, komm du mit deinem Ollen-Golf. So, aber Turnbrett ist sehr interessant. Wir können mal ganz kurz in den... Gibt es den Foto-Modus noch? Ich weiß, wie ich in den Foto-Modus käme. Okay, tatsächlich habe ich nochmal einen Super-Wheel-Spin bekommen. Einen Drohnen-Modus kann man den sich mal genauer anschauen. Ja, wunderschönes Teil. Wie gesagt, die Rückleuchten finde ich toll. Oh, warte, ist der durch mich durchgefahren? Ja, ansonsten auch die Frontpartie. Die sieht schön aggressiv aus. Die sieht ein bisschen füllig aus, tatsächlich auch. Also, deswegen war ich auch ein bisschen verwundert, dass er weniger als 1,6 Tonnen wiegt. Aber sehr schick sieht er auf jeden Fall aus. Gut, und das Design, ich würde mal sagen, ziemlich einzigartig. Eventuell ein bisschen störend, wenn das Armaturenbrett in der Mitte ist. Vielleicht. Bin mir da nicht so sicher. Und der Sound. Oh, der blubbert so schön, ne? Ach, toll. So, dann setzen wir uns direkt auch mal einen Wegpunkt und fahren auch mal ein schönes Rennen mit dem Teil. So, und ich würde sagen, noch ein ganz, ganz kurzer Super-Wheel-Spin. Wenn wir schon einen bekommen, dann sollen wir den auch nutzen. Ach, man kann das auch überspringen, okay. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Dann doch lieber das Teil. In 100 Metern links abbiegen. Ja, eventuell kann ich auch mal ganz kurz sagen, wie denn so die ersten Eindrücke sind nach ungefähr knapp über vier Stunden. Ich bin sehr angetan vom Spiel. Ich habe es auch schon im Livestream gesagt. Mir gefällt sehr... Oh nein. Zum Glück habe ich das Schadensmodell ausgestellt bei dem Auto. Mir gefällt die Welt sehr schön. Also, die hat sehr viel Charakter, die Welt, wie sie gestaltet ist. Die Fahrzeugauswahl ist ziemlich ordentlich. Und, ja gut. Ansonsten hat es halt die Stärken, die Forza Horizon hat, würde ich sagen. Das Offroad-Fahrverhalten hat sich deutlich verbessert, bevor ich das übergehe. Obwohl es eigentlich auch schon zuvor ziemlich nett war. Und jetzt ist es halt gut. Und was die Beleuchtung angeht, da hat sich das Spiel wirklich deutlich verbessert. Okay, die Straßenreifen bieten keinen Grip, gefühlt. Ah, wir fahren ein Rennen und dann tunen wir das Auto nochmal. Und dann fahren wir noch ein Rennen. Gucken mal, wie sich die Performance von dem Auto insgesamt verändern kann. Noch ist es ein perfektes Auto zum Cruisen. Wartet mal ab. Ja, und was ich auch bei Forza Horizon machen werde tendenziell, es sei denn, es geht wirklich auf Autos zu, bei denen du die Maximal-Performance rauskitzeln willst, so einem Lamborghini Centenario oder so. Ich werde wahrscheinlich die Standardmotoren drin behalten, weil sonst einige Leute... Den Antrieb werde ich wahrscheinlich wechseln. Also, da mache ich mir keine Illusionen. Ein Allradantrieb muss ab einer gewissen Leistung sein oder eine Traktionskontrolle. Ich entscheide mich da lieber für den Allradantrieb. Ja, und an und für sich... Oh, schöne Aussicht. Genießen wir sie gerade mal. Ja, und ansonsten beschweren sich halt immer wieder Leute, wenn du zum Beispiel einen Dodge Charger hast und dann V12 einbaust, einfach weil du sagst... Ja, cool. Ja, obwohl du halt sagst, ja, Leute, ich mache das jetzt nur, damit wir die maximale Performance aus dem Auto rauskitzeln können und trotzdem sagen, Leute, ja, aber sowas macht man mit einem Dodge Charger nicht. Wo ich mir denke, ja, aber ich habe doch gesagt, ich möchte... Und dann diskutierst du und dann... So, und bevor wir das rennen... Ja, gut. Du hast dein Ziel erreicht. Wir fahren erst mal. Ab geht's. Oh, wird er schön. Retro-Sports-Cars. Moment, warte mal. Zählt der TVS Sargeris auch schon zu retro? Das Fahrzeug ist aus dem Jahr 2005. Der auch. Der Z8 1999. Der kam mir so ein bisschen älter noch vor. Aber trotzdem. Sehr hübsches Teil. Ja, ansonsten, äh, sagt mal gerne Bescheid, was sind denn eure Lieblings-Bond-Autos oder allgemein, was würdet ihr gerne für Autos noch sehen? So, Schwierigkeit. Wir sind noch auf Profi. Sehr schön. Zweithöchste Stufe für all diejenigen, die sich da nicht auskennen bei Forza. Und wir zocken das Ganze übrigens in 4K und 60 FPS. Und das auf maximalen Einstellungen. Abgesehen von einer Sache. Nämlich abgesehen von der Kantenblättung. Na gut, und ich merke gerade hin und wieder, geht's unter die 60 FPS mal. Könnte gut dran liegen, dass ich den PC jetzt etwas länger schon laufen habe. Ich hätte eventuell in meiner Zwischenzeit runterfahren sollen. So, ansonsten sieht man jetzt, glaube ich, das, was ich meine. Die Beleuchtung sieht einfach so geil aus, ey. Und auch die Spiegelung. Die Spiegelung sehen mittlerweile ziemlich gut aus. Und beim eigenen Auto dann doch aber besser als an den anderen Autos, weil das, was ich gerade gesehen habe, gefällt mir nicht so hundertprozentig wie beim eigenen. Nice, ein MX-5 fährt hier mit. Feier ich, ja. So, ab geht's. Wir kommen immer näher. Hey. Da macht er die Tür zu. Boah, doch. Leicht rutschig, aber... Uh, der Skyline. Der sieht ja richtig gut aus. Ja, leicht rutschig, aber trotzdem. Sehr angenehm. Und auch wenn es so leicht quer ging, ich habe nicht so wirklich das Gefühl, dass man mit dem so ein wahnsinniges Übersteuern oder halt Untersteuern hat. Untersteuern hätte ich bei dem BMW eh nicht befürchtet. Wenn man sich denkt, okay, du kannst innen sehr nah ranfahren und dann sagt das Spiel, nö. Ja, komm schon. Innen vorbei. Das hat mir einmal Pech gebracht, aber jetzt aufs Podium. Oder vielleicht sogar noch weiter. P2 ist drin. Ist zwar auch Podium, aber besseres Podium als P3. Ja. Aber doch ziemlich ordentlich. So, wenn man das... Äh... Warum kommt jetzt wieder Musik? Ich verstehe ich nicht. Und irgendwie... Keine Ahnung. Ich habe auch vom Ray gehört, dass der Streamer-Modus auch nicht so wirklich funktioniert. Deswegen mache ich die Musik gleich aus. So. Kannst du bitte aufhören, Musik abzuspielen? Spiel. Das wäre nett. Das wäre sehr, sehr nett. Eventuell mute ich diesen Part. So. Na los. Komm. Ich mute den Part auf jeden Fall. So. Wir haben ein Hyundai bekommen. Sehr schön. Willkommen in Runde 5 der Horizon-Straßenrennserie. Hier hast du es mit neuen Rennstandards auf sämtlichen Ebenen zu tun. Aber genau deshalb bist du natürlich hier. Ja klar. Wir wollen ein paar schöne Rennen fahren. Wir wollen aber insbesondere auch schöne Autos beobachten. Wo sind wir eigentlich auf der Map? Da. Ganz im Süden. Haben wir hier irgendwo... Ach ja. Hier haben wir unsere Bude. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ah, das ist... Das ist einfach schön. Und das Gute ist, in Forza ist er immer voll betankt. Der Tank geht nie leer. In 400 Metern links abliegen. Etwas gewagtes Überholmanöver. Links abbiegen. So, wir sind glaube ich bei 294 Kilowatt Leistung. 400 entspricht das... Also es entspricht 400 PS. 400 Metern links abbiegen. Tut mir leid, es war ein langer Tag. Uh, wir genießen gerade mal die Aussicht. Dann, wenn euch das Video gefällt, der Stream wollte ich auch fast sagen, dann lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da. Ihr könnt auch gerne einen Channel abonnieren. Das ist ein nettes kleines Dorf. Hier würde ich jederzeit auf eine Tasse Tee und ein Sahnegebäck einkehren. Aber so gewinnt man keine Rennen. Ein Sahnegebäck, okay. Ja, und äh... Wenn ihr neu auf dem Channel seid, könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen. Schöne Mühle übrigens. Ach, sieht man auch so. Die sich leider gerade nicht dreht. Tja, dann muss der Meeresstand wohl ein bisschen höher, ne? Links abbiegen. Oh, jetzt wird er aber auch schon ein bisschen unruhig hier hin und wieder. Also aus ganz, ganz langsamen Kurven heraus wird er ein bisschen unruhiger. Kann natürlich auch behoben werden, indem man bessere Reifen zum Beispiel hat, eine bessere Aufhängung. Könnte durch viele Faktoren behoben werden. So, Upgrades und Tuning. Gut, Allrad, die... Das Luftzufuhrsystem. Okay, wir gucken mal gerade. 294 Kilowatt Leistung, 500 Newtonmeter Drehmoment standardmäßig. So, und wie gesagt, wir tunen das Auto ohne den Motor zu wechseln. Zack, vorne Reifenbreiter, hinten Reifenbreiter, natürlich. So, und dann den Antrieb. Kupplung, Getriebe, Antriebswelle. So, dann die Bremse. Das Fahrwerk. Okay, geht auch Offroad, geht auch Drift, ja. Nehmen wir das Rennenfahrwerk. Stabilisatoren. Hat was, ne, eigentlich, aber... Lass ich trotzdem mal aus. 821 Pünktchen hat er jetzt. So, und jetzt gucken wir mal. Also, Gewichtsreduktion. Wir sind, glaube ich, um knapp 300 Kilo runter. Und jetzt kommt die Leistung. Ja, wir lassen uns mal am Ende so ein bisschen überraschen, wie weit es nach oben geht, oder? Würde ich schon sagen. Boah, die Kurbelwelle. Das bringt immer enorm was. Über 50 Kilowatt. 20 Newtonmeter Drehmoment. Also, hei, hei, hei. Der kann sehr, sehr gut starten. Also, mit dem Allradantrieb vor allem kannst du auch sehr viel Leistung umsetzen und auch sehr viel Drehmoment. Und Halleluja, der wird jetzt abgehen. So, und am Ende noch die Schwungscheibe. Die bringt zwar keine Leistung, aber die reduziert unter anderem so ein bisschen das Gewicht. Und wir sind bei 437 Kilowatt Leistung mal 1,3. Moment, 670 Newtonmeter Drehmoment auf jeden Fall. 440 mal 1,3. Das sind 570 PS ungefähr, die der hat. Das ist noch recht human, ne? Da braucht man nicht unbedingt den Allradantrieb, aber man kann ihn trotzdem einbauen. Machen wir. Oh, jetzt bin ich mal gespannt auf das Teil. So, einen neuen Auspuff haben wir. Das heißt, der Sound dürfte eigentlich anders sein. Trotzdem, der dürfte relativ kernig noch klingen, oder? Du hast dein Ziel erreicht. Danke. Mit 0 Driftpunkten haben wir unser Ziel erreicht. So, hier gibt es was zu verkaufen. 350.000. Was bekomme ich denn da? Können wir mal ganz kurz rübercruisen? Wo haben wir hier noch ein neues Rennen? Eieiei, ich habe noch viel zu wenige Standardrennen. Oh, wir fahren da oben hin. Ah, hier. Die Scheune, die ich super, super lang gesucht habe und nicht gefunden habe, leider. Okay, was geht? Ah, hier war ein T-Shirt. Ist auch okay. Ich will da was sofort, wenn du mehr Leistung hast. Das sind zwar nur 170 PS, aber trotzdem. Während du vorhin bei 200 kmh so für dich rumcruisen konntest, bist du jetzt halt sehr, sehr früh schon bei 200. Geht's auch relativ flott in die Richtung. Ja, was denn eigentlich? 220, 250, 300? 250. Ja, in den Kurven bin ich noch ein bisschen unsicher, ob ich den da wirklich so ans Limit treiben kann. Ich switche auch mal ein bisschen in den Perspektiven hin und her. Kann man den auch schön von außen nochmal ein bisschen betrachten. Okay. Okay. Das ist Nummer 4... Ja. In 400 Metern rechts abbiegen. So, und jetzt fahren wir hier nochmal das Rennen. Jetzt bin ich mal auf die Konkurrenz gespannt. Gut, es werden dieselben Autos sein. Aber es wird ein etwas schnelleres Rennen werden dieses Mal. Mal wieder kommt Musik. Ich versteh das nicht. Ich hab das Radio doch aus. Musik eigentlich auch. Ah, Moment. Ja, perfekt. Grad mal in die Optionen gehen. GPS Stimme mach ich auch mal aus. Stream on Modus an. Hab ich glaube ich jetzt schon mehrmals gemacht und der ist immer wieder ausgegangen. Wie auch immer. Legen wir los. Der Ray hat auch schon berichtet. Hab ich vielleicht schon mal gesagt. Stream on Modus könnte eventuell nicht ganz so hundertprozentig funktionieren. Alter, was hat der? Hat der einen Wankelmotor drin oder was? Ist vom 787b einfach gut genommen. Oh, beim anbremsen bisschen Überschein. Das ist ungewohnt. Du kannst jetzt ziemlich direkt in die Kurve reinschmeißen. Das gefällt mir. Und der Nissan Skyline. Der Falter ey. Ich glaube man sieht, wir sind deutlich konkurrenzfähiger als ohne Tuning. Also der Z8 kann sich durchaus lohnen. So, ich bin mal jetzt ein bisschen ruhiger. Wir genießen mal den Sound vom Auto, oder? So, da bin ich leicht an den Analogstick gekommen und, naja. Gut, da nutze ich mal einen Rückspuler. Ich hab mal ein Checkpoint verpasst. Alles andere macht keinen Sinn. Ach, wobei du wirst halt zurückgesetzt. Ja, stimmt. Gut, theoretisch macht es schon Sinn, aber das ist trotzdem zu nervig. Gut, da genießen wir den Sound vom Auto nochmal ab jetzt. . Untertitelung des ZDF, 2020 Wollte ich super strafazieren. Tut mir leid. Anscheinend mag ich sie der Kurve sehr früh und sehr stark schon nach links zu lenken. Manchmal verschiebt sich irgendwas auf den Boden sehr komisch. Nice. Ah, der ist auch so schön tief, ne? Sehr gut. 20.000. Gut, Kleinvieh macht auch Mist, aber das macht den Kohl jetzt auch nicht fett. Ja, wir sind kurz davor, nochmal an eine weitere Stufe aufzusteigen. Und auch hier Frühlingsschau-Rennen. Aha. Da könnte was Interessantes auf uns zukommen. Ja, Leute. Mit diesen Bildern am Abend vom BMW Z8 und ich nutze hier den Rückspuleffekt. Eigentlich beabsichtigt, weil... Moment mal. Ganz kurz. Geht es nicht, weil damit kannst du tatsächlich in den Fotomodus kommen. Oder auch nicht mittlerweile. Schade. Ja gut, dann gehen wir nochmal in den Drohnen-Modus, schauen uns das Auto von außen nochmal an. Also, ein wunderschönes Automobil. Der BMW Z8. Sehr, sehr schickes Teil. Ein absoluter Klassiker. Und, äh... Wir haben auf der Weltkarte irgendein Ereignis. Aha. Das ist das Aktivitätsfenster. Hier findest du Veranstaltungen und Aktivitäten und kannst Ihnen und anderen Fahrern beitreten. Nee, danke. Nee, sorry, aber... Äh, weiß nicht. Ich zocke dann einfach gerne mal für mich sowas. Ja, aber das, meine Lieben, ist der BMW Z8. Und an der Stelle kann ich nochmal sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst Ihnen gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten gerne auch eure Meinung zu diesem wunderschönen Automobil in den Kommentaren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und wenn ihr neu auf dem Channel seid, um nichts weiteres zu verpassen, haut ein Abo raus und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Moment. Fast hätte ich vergessen, dass wir noch im Forza Vista ein paar coole Sachen untersuchen können. Es handelt sich ja um ein James-Bond-Auto und das ist zu Recht nicht bei BMW drin. Und wir haben hier einen Bug, wo wir kriechen. Deswegen steigen wir mal ganz, ganz kurz ins Auto ein, damit wir nicht mehr kriechen danach. Und zack, was können wir alles machen? Ihr seht, wir haben kein richtiges BMW-Logo hier. Wir machen das Auto gerade mal an. Wie konnte ich das nur vergessen? So, und jetzt zack. Wir haben ein bisschen was am Lenkrad. Das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Und ich zeige euch mal das Weitere. Hey, ich will raus. Ein weiteres James-Bond-Gadget. Wir können den Kofferraum aufmachen. Nein, Moment. Wir können den, die Motorhaube aufmachen. Nee, das war es auch nicht. Das Licht vielleicht. Nee. Aber das, super geil. Ja, und das auch noch als kleiner Bonus hier für die James-Bond-Autos. Und an der Stelle nochmal der Hinweis. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr dabei wart. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.